Und die Welt erzittert 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 Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this You must be the Hopkins boy Where'd you come from? We've been expecting you Welcome to Bullworth Academy I'm sure you'll be very happy here Very happy indeed Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys I've got a man to make happy The headmaster is expecting you, Hopkins In his study Okay His study is over there, boy In the main building Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting He's a brilliant man Brilliant Okay Okay Salut les amis Donc on se retrouve aujourd'hui sur Canis Canem Edit Donc le titre français est dans Bully Produit par le studio Rockstar donc Donc voilà on est sur PS2 Et puis euh On va essayer de se faire euh D'accord On va essayer de se faire euh Ce euh Ce petit jeu Ce petit GTA like Au lycée Hop 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 Moins déjà Allez On va essayer de leur trouver les touches Voilà Allez On va se casser Hop On va finir Voilà Bon On va se planquer un peu Que les... Les surveillants ne nous voient pas Vous voyez en haut à droite Vous avez la... La petite map Comme dans GTA Enfin en GTA Là en bas je crois Mais... Là vous l'avez en haut à droite Au niveau de recherche est retombé c'est bon On va peut-être pas lui casser les gueules tout de suite hein Hop Perdu On va voir ce principal là voir ce qu'il nous veut Voilà Donc euh Oui Candice Callimedit Sorti en... Attendez je vous vérifie ça tout de suite Euh Candice Callimedit 2006 Voilà Petit jeu bien sympa Euh alors c'est ouf C'est là Donc GTA Like à l'université On va voir ce que ça donne Ah Oui Oui Donc vous devriez être Hopkins Euh... Uh-huh Quoi ? Uh-huh Quoi ? Je veux dire oui, monsieur C'est bon C'est bon Je vais voir Vous avez fait beaucoup de choses Neues Neues Vandalisme Graffiti L'esprit 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 Oh je suis peur de vous Hopkins C'est bon D'un coup Oui Je n'ai jamais rencontré un garçon comme toi N'est pas tout de suite J'ai jamais rencontré J'ai jamais rencontré Hopkins, tu es le plus L'esprit L'esprit J'ai jamais rencontré D'un coup Pourquoi je vais perdre mon temps sur toi ? Je ne sais pas Parce que c'est mon appel C'est ce que je fais Tu as en train de causer des troubles Et je as en train de fixer des petits garçons comme toi Et vous en train de faire des membres de notre communauté Ici à l'Académie J'ai une bonne sensation de toi, garçon Une sensation que vous et moi Serez des amis Vous gardez la tête L'esprit Ou je vais le faire moi-même Madame Danvers Tu es encore là-bas ? Oui, le Headmaster Et j'ai obtenu taille Tu es bon pour moi, Madame Danvers Non plus que vous devriez Le Headmaster L'esprit L'esprit de notre nouveau ami Hopkins Et le montre à l'école Et le tourner Et le tourner Certesatement Le Headmaster Viens, garçon Je n'ai pas tout le temps Et garçon Reconnais Tu vas avoir un nœud Donc gardez-la Sous-tit 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 Okay. Ah, ha ha! Geh! 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 Oh, oh, er wird verabschied! Es ist ein Schrauben! Oh, oh, er wird verabschied! Gib ihm das eine Verabschieds! Haha, ja, ich schade den Weg! Hahaha! Das ist doch schade! Aller, boom, encore ! Ja, 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 ja. C'est genug, das ist es! Warum bist du nicht in deinem uniforme? Es ist ein Monstre! Es ist großartig, es ist gigantesque! Hey, relax, friend, you're all pent up! Go easy or they put you on medication. They did to me, boy nearly sent me insane! That's fascinating, now if you'll excuse me- I said, relax, friend! Get off, man! Listen to me, tough guy! You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you, you're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Ok. We don't have a bar in the door. Oh, putain! Stu, tap it up, vas-y! C'est bon, c'est fini? Tu veux te calmer? Ass wipe! Bon, on disait quoi? Well, window's been broken six times this week. Vigures in a dump like this. Ok. Much better. You should probably change into your uniform if you don't want to get in trouble. Yeah, well, I'm going to go. Well, if you say so, I'm supposed to... No, it's not there? Ah! Yeah! Tenue. Uniforme de l'école, voilà. Diop! Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins. And don't ask how I'm doing. I've been here five minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulwurst. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Heh, look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulwurst on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Eh beh, alors. Sauvegarder.. On va encore créer la sauvegarde, déjà. Tout ce qu'il y a a faire. Ich hoffe, dass die Polizei mein Anwendung bekommt. Oh nein, nicht wieder! Hey Jimmy, ich zeige dir deine Mutter. Oh putain. L1, ok. Ich habe das, bitte. Zeit für deine Rutsal-Tags. Ich bin kein Schmerz zu dir. Schmerz, die Gesichter! Ich habe die Runde. Das ist doch genug, nicht nur für dich. 2 Dollar, okay? Kommt, wir in den Bordernieren. Das wird ihnen lernen. uh ça va c'est évident pas évident ah c'est pas super dur quoi Gut gemacht! Ah, das ist schon so! Haha, nicht so! ich habe die die kameras die kameras die sind die 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 ich kann ich kann ich ich hab die Ich habe auch einen Schocken mit dem Schocken. Ich habe auch einen Schocken. Ich werde dich in deine Tasche. Er ist da, oder? Ah nein, er ist in der Salle. Was ist passiert? Natürlich, ich werde dir den Schokolade, wenn du betrachtest. Ich will keine Probleme, ok? Woh, mach den Schokolade. Warum hast du das gemacht? He he. Also, wir sehen uns die Frau. Oh nein! Oh nein! Oh, danke Jimmy! Ich meine es. Hey, du? Ich habe wirklich gefangen. Lass uns zum Calf. Ich zeige dir, wer ist wer. Deine Fuß! Oh nein! 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 Not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitley avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Right. Okay, monsieur. C'est bon, c'est bon, j'y vais, j'y vais. Oui. Deux ans et demi de cours par jour ça va se trompier là. J'aurais mieux que ce soit pareil en vrai. Was macht? Oh mein Gott, James, bleib dein Geist auf was du machst! Good work, du hast du Zukunft in der Chemie. Faszinierend, oder? Du bist ein Studierender, Herr Hopkins. Rass lovin! гли canovan?! Du bist de j Songs Bakeroon? meine Gü Willmacher und ich rausdre . Ok, ich werde alles wieder herausfinden. . Ja, Dr. Kravelsnitch, natürlich, Dr. Kravelsnitch. Ich bin für einen Award für den Artikel, die ich hier geschrieben habe. . 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 Du hast dich ziemlich gemütlich gemacht, mein Junge. Ich versuche nur zu sein. Mit Kampf, mit einem Nusanz von dir? Das ist nicht der Bulwerth-Way, Junge. Ja, du kannst mich verletzt. Was? Ich sagte, du kannst mich verletzt. Das Ort ist voll von Bullies und Maniacs. Nassau! Das ist nur die Schule, die High-Jinks. Wieso, in meinem Tag, wir haben nichts erlebt, um die neue Junge zu kastieren. Ich will, dass du das Nassau nicht verletzt hast, Hopkins. Ich will, dass du das Nassau nicht verletzt hast. Du kannst etwas lernen. Okay, kann ich jetzt gehen, Herr? Auf deinem Weg. Hey, ich sah dich zu krabbeln, Schnitz. Was? Shut up! Screw you, new kid! Das ist das, was wir tun mit den Kindern zu lernen. Du besser nicht... Wauw! Komm her, du little... Komm her, komm her, komm her! Ich versuche ihn. Hahaha, was du tun? Ein Tag. Komm her, komm her, komm her! Komm her, komm her! Komm her, komm her! Nein, ich kann mich nicht erwarten, ich sah ihn. Ich habe ihn." Ich bin da, ich bin. Ich bin da, ich bin. Ich bin weg, komm her! Ich bin da! Du hast ihn, komm her! Das ist so, wie geht's das? Wie würdest du einen kleinen Schlenshot? Der Mann wird nicht aufbauen. Was ist das? Ahead 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 You to putter Hey guys let's teach this new kid a lesson You wanna see me lose it? Duh I mean you're dead Hey! Du bist so schwer! Wenn ich mit dir, deinem Mund wird geschehen und du bist mit einem Schrauch! Du kannst mir töten, aber die Jahre weiterentwickeln! Hey! Bleib von mir! Du hast du aufgerissen? Das war nicht lustig. Du kannst du hinter dir. Wow. Ja, 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 ja. Oh, vas y, pass. Ok, sie haben keine Lust. Sie haben keine Lust? J'ai schon mal eine richtige Fahrt? Lola hat euch gezeigt, meine Freundin gesehen? J'ai schon gesagt, ich gehe, ich gehe. Ich habe nicht gesagt, dass ich Starcy represte. Das ist ihre FAUTE! Ah, hallo classe! Das Curriculum demanden, dass du diese Sprache machen. Warum lasst ihr hier in der Klasse? Das ist das, ihr habt mehr Zeit frei. Also, ich habe viele Worten, französisch. Das ist richtig! Tick! Okay Bucs n'existe pas dans un Bucs, que, oui forcément que qui est-ce que ça marche ça marche c'est bon c'est un mot non non oui je pensais à teub mais teub ça marchera pas puis il faut de un tube par contre oui on peut mélanger ouais c'est bien ça promets ils ont plus euh voyons voir réfléchissons réfléchissons je vois pas trop attend dites-moi les mecs quitte-moi je vois pas trop là ce que je peux faire est-ce que ça marche ça quitte non c'est non ouais c'est bon ça se trouve il y a un truc tout con que j'arrive pas à voir vous êtes devant l'écran en train de dire mais putain c'est ça c'est ça c'est ça et je vois pas bon bah allez on s'en fout il reste 15 secondes un but avec un e mais sinon je vois pas ouais mais attends c'est de l'anglais tu sais faut trouver les mots français qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu m'engarde toi c'est quoi le pourquoi il y a un petit chapiteau là un petit chapiteau au petit triangle salut toi hey doll want to study anatomy hey you look nice on va laguer on va laguer ok ok Ich weiß, dass du deinem Begriff ist. Hey, du bist schön. Hey, ich bin nicht in der Freunde, oder? Ok, warum nicht? Ok, ich muss nach vorne gehen. Ich muss nach vorne gehen. Checkt das! Jero, es ist kein Grund für sich zu arbeiten. Du willst du ernsthaft sein? Komm, 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 komm. Ich kann nicht warten, dass jemand die Räume zerbrechen. Ich denke, ich würde gerne sein, wenn ich mich weiterentworteile bin. Wenn dieser Mann nicht in meinem Kopf ist, ich denke nicht, ich würde mich nicht mehr fühlen. So, das ist eine gute Idee, richtig? Ja, okay, all right, sicher, ich werde es. Hey, Mann, was geht's? Nicht viel. Ich habe gerade gesagt, Petey hier, um meine Idee, um die Schule zu nehmen. Ich meine, meine Planung für uns, um die Schule zu nehmen. Was Planung? Nehmen Sie, Jimmy. Es ist nur ein bisschen was, was ich mitgebracht habe. Es ist sink oder swim, mein Freund. Und wenn du gut an swimmingst, du musst die Losers drown. Warum nicht, ihr habt die Gedanken zu mir? Was? Was? Was, was, duh? Kannst du nichts anderes sagen? You know what, Petey? Du war recht. Jimmy ist ziemlich dum. Was hast du gesagt? Oh, nichts. Nein, nein, nein. All ich gesagt habe war, dass du ziemlich dum bist, um so viele Schulen zu verabschieden. Das ist alles. Relax, James. All er gesagt hat, dass du dum bist. Oder vielleicht bist du alles verabschiedet, weil du aus einem Haus verabschiedet hast. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt, Dwarf? Komm, Mann, Mann, chill. Nein, 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 nein. Ich weiß, Garry hat alles aus der Kontext, Mann. Wah, 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 wah. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Weil du weißt, was passiert? Nein, nein, ich bin nicht lieb. Wir schicken sie mit den Balls. Haha, das muss man mal. Komm mal Jimmy, wir sehen uns wie gut du bist mit diesem neuen Schlingshot. Ich habe nicht Angst, Freund. Niemand schlappt meine Notiz. Ich höre alles. Wir können alles machen. Ich gehe mal dafür. Hey Jimmy,追me euch! Es riecht. Es riecht. Es riecht. Ich wollte immer mal etwas sein. Es riecht. Ich weiß nicht, was du witzigritte? Ja das ausgelebt. Ich hab dich immer malют. Ah, ich werde ihn mit der Lensperre beobachten. Kannst du sie mit einem Schlag? Ja. Ich glaube, du wirst nicht los. Komm, wir gehen nach dem Feld. Ok. in gru on laissera partie tuto ah la p'tite roquille elle est la on reviendra a draguer tout a l'heure Ich bin immer der andere. Geh in den Baum, damit du mit ihm zu spüren. Ich werde einen Besuch auf den Blechern sehen. Ah, d'accord. Ah, das macht schlecht. ein challenge cul a mais sauré trop dans les boules aller encore poil Du kannst auf Jimmy betrachten. Ich kann mich auf die Hauteuil auswählen. C'est neveu, c'est toi pour se cocher Lilo On l'achève C'est pas moi j'ai rien fait Also, warte. Also, warte. Also. Also, warte. Oh, y'a des cahines là. Ah ouais, mais... Eh, y'a un pion, laisse tomber. J'aurais bien fait un petit massacre en allant me coucher. Ah, bah y'a ma copine là-bas. C'est elle, hein ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ton signe ? Tu veux me dire ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est ton signe ? Qu'est-ce que c'est ton signe ? Hey, tu es bien. Alors, euh, votre place ou moi ? Bien sûr, je suis née de moi-même. Hey, euh... Qu'est-ce que j'ai fait à l'autre ? J'ai pas eu de tape, hein ? Ok... Bon. Ah, je suis un saigné de mixte... ah 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 ich kall mais vite fait toi voilà et on va on va rigoler on laisse coucher un peu headshot et double headshot venu et ils vont me détester les félés les cahillis tiens va faire des les pétards en plus bon petit dodo alors le réveil de mort qui est dû on sauvegarde vite fait voilà 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 fini c'est bon ça va t'es calme on va aller en cours avant de se faire emmerder oh je sais pas j'aime pas quand on tape les gens sa raison en fait quand il y a des raisons je veux bien mais quand il y a pas de raisons non non ça c'est le leur temps des filles je sais que je te l'oublie de faire un tour mais plutôt le soir si je n'ai pas eu ce A ma mère sera tellement déchiquée alors hop c'est à l'étage Ich bin Frau Phillips, ich bin Frau Phillips und es ist mein Glückwunsch in der Welt des Arts. Oh la, oh la, oh la, instruction pour du dessin, je dois les signer des carrés. Oh la, c'est un bonus ça non ? Ah c'est le turbo. Tac, ouais, je suis trop fort. Ok, bon c'est pas ce qui est le plus compliqué. Pourquoi tu dragues que des filles qui sont pas top top ? Je pensais que tu les appréciais. Jimmy, tu es tellement gentil de moi. Ok, allons-y. Ok. Donc on a appris plusieurs trucs. Déjà on embrasse mal visiblement. Visiblement on embrasse mal et en plus c'était quand même moins passionné là. Non, c'est elle que je veux. J'ai plus de fleurs. Ah merde. Restez là, bouge pas poupée. Faut que j'aille chercher des fleurs. Merde. Ah. Ah bah elle va plus vite que moi. Bon, il se paraît, on va aller faire les missions là, avant de reprendre les cours. Enfin je rachète des fleurs du coup. En fait, si tu respectes tes erreurs de cours tu peux rien faire, tu as le temps de rien faire quoi. Ok, je vais te dire. Ok. Ok, je vais te dire... Oh. Oh, alors... Tu es le nouveau chien, hein? Tout le monde parle de toi. Oh, ils sont ? Et qu'ils disent-ils ? Ah, rien. Juste que tu es amusé avec ce sociopath Gary. Sociopath-que ? Oh, sociopath, it means, never mind, forget I said anything, I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends, walk with me, I'll pay, I'll pay you two bucks. Two bucks, are you crazy? Make it five. No, two bucks? Great, five bucks. Let's go, buddy. I always wondered what it would be like to be big and tough and really stupid. You're a crazy guy. When you get nervous, I do, I get nervous a lot. Hey, Algernon, I heard you wet your bed again. Help me! Help me, Jimmy! Oh, so you're gonna start fighting? Help me, Jimmy! I'm gonna try! I just love it when someone comes to someone who isn't me. Help me! Help me! Help me! If I catch you, you're over! I've got a whole new chance for you! Help me, Jimmy! Don't stop! This is great! You're finished? I'm gonna try it again. Hey, fight for you! I love it when someone comes to someone who isn't me. Don't stop! This is great! I'm gonna try it again. Hey, fight for you! I love it when someone comes to someone who isn't me. I've been thinking a lot about sales. I've been thinking a lot about sales. I've been thinking a lot about sales. Oh, you've just bumped into me, huh? Oh, you've just bumped into me, huh? This school is for morons! I've already wet myself once this month! If I do it again, they'll never let me do it! See you later! Ah, yeah! Just look at me, man! Cover me! I'm going to go! Hey! There were two people in this stall! I can't believe anyone likes the condom. No more messing around! Okay, ich fühle mich sehr gut. Oh mein Gott! Oh, ich muss wirklich gehen! Aber wenn jemand da drin ist... Mama hat mir gesagt, ich muss immer meine Hand洗! Ich habe viel mehr mit dem Hand zu verletzen! Ah, ich muss wirklich nicht gehen! Ich muss wirklich gehen! Warum ist das so confusing? Ich muss nur sie nicht verstehen! Ich muss nur sie nicht verstehen! Hier ist es! Danke, Jimmy! Hier ist das Geld! Ich werde meine Mutter sagen, dass nicht jeder von Bullworth ist dumme! Ich denke, wir können das ein Rapschraub machen. Meine Mutter me appelle Prinz Algy! Ich bin sicher! 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 Hallo, Baby! Kannst du mir etwas sagen, das mich zu reminden? Nachdem ein paar Zeit, Crocodile! Ich bin sicher! 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 Ich habeexpansion! Uh, dann, die Mission. Er ist da. Hier kommt Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Don't shut up. Then come on. This is gonna be fun. Harassing some old homeless guy is fun. It is. You should be grateful. You're not the victim for once. Hey, I guess. And Jimmy, come on this guy. Well, the other sprints start to not be fucking at it. I'll tell you. Well, you're not sure to know. You're not sure to know it. But I'm not sure. You're under the law, right? Okay, okay, okay. Oh, you're a real loser. Get out! Oh, you're a real loser. What's that? What's that? Du hast du wirklich gewollt. Du bist wirklich verletzt. Hier hoffe ich, dass jemand jemand nicht verletzt wird. Du bist wirklich verletzt. Du bist wirklich verletzt. Ich habe das gemacht für John. Was der fuck? Ich werde ich eine Verge, bis ich sterbe. Bezächtig, idiot! Dann, muss ich in das Ding, oder? Ich habe das. Ich habe das. Your dad does live on campus. Shut up! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? Alright then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Okay. Elle est là-bas, ma copine. Alors? Ils vont m'adresser encore là? Non? Ah, c'est pas là a priori ici. D'accord, donc les gens qui abandonnent quand... Ils abandonnent quand on est sur une échelle ou truc comme ça. Es gibt eine Bette, oder? Ja, ich würde auf den anderen Seite gehen. Ja, dann. Ich habe es gelernt, von diesem Mann verrückt! Ich habe es gelernt! Ich habe es gelernt! Ich habe es gelernt! Ich habe es gelernt! Danke, Mann! Du bist einer der guten Leute! Okay. Und ich bringe mir ein Transistor, wenn du zurückkehrt ist. Ja, das ist eine Femme Venale, sie verdient ein Cade. Ja, das ist eine Femme. 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 Und hier ist es noch ein Gerber, oder? Oh mein Gott! Ich habe schon alles, was ich habe, hat es schon seit einer Woche zu verraten. Ich bin nur ein normaler Kind. Oh Jimmy, danke! Du bist wunderbar! Das wird gut sein. Das war genau das, was ich zu verabschiedet habe. Ein anderes Job gut gemacht. Ein anderes Job gut gemacht. Ich weiß, dass ich hier auch. Ich weiß, dass wir hier noch mal. hop la petite sauvegarde et voilà voilà eh bien les gens écoutez je souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis donc voilà on en reste là pour aujourd'hui je souhaite une bonne journée une bonne soirée amusez vous bien et à plus tard et à ce car ciao bon 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 Untertitelung des ZDF, 2020